Hallo alle zusammen, ich habe hier das neue Blackview Tablet, das Tab 18, wie man hier sieht. Und das möchte ich einmal kurz mit euch angucken. Gucken, was ist hier dabei, wie sind die Werte? Also das erste, was auffällt, ist, dass der Hersteller hier 24 GB RAM verspricht. Es sind allerdings nur 12 GB RAM vorhanden. Man kann natürlich 12 weitere GB virtuell hinzugeben, aber der Geschwindigkeitszuwachs ist dann nicht so hoch, wie wenn man wirklich 24 GB RAM hätte. Dennoch ist die Geschwindigkeit von dem Tablet sehr gut, das gucken wir uns aber auch gleich nochmal an. Das Display wird hier teilweise mit 2,4 K beworben, hat aber nur eine Auflösung von 2000 x 1200. Also ist es eigentlich eher die Hälfte von 2,4 K. Dennoch ist auch dieses Display gestochen scharf und es macht Spaß damit zu arbeiten, gerade weil das eben auch ein 120 Hz Display ist. Hier drin befindet sich dann noch ein Kopfhörer, ein Ladekabel aus USB-C zu C. Das ist sehr lang, sodass man das Tablet auch gut aufladen kann. Und damit man sich nicht selber noch ein Netzteil kaufen kann, hat Blackview hier eben auch noch ein Netzteil dabei. Das ist relativ leistungsstark, sodass man dieses Tablet, was ja doch einen enormen Akku hat, gut und schnell laden kann. Im Kopfhörer vielleicht gleich nochmal. Das Tablet selbst wird hier mitgeliefert mit dieser Hülle. Das ist so eine Lederhülle oder Lederimitathülle. Gefällt mir sehr gut, weil da muss man sich nichts dazu kaufen. Und man kann das eben, wenn man jetzt zum Beispiel Filme gucken möchte oder arbeiten möchte, einfach so auf den Tisch hinstellen. Und man hat sofort super Bedingungen zum Arbeiten zum Beispiel. Zudem, man hat gemerkt, klappe ich das Ganze auf, geht sofort der Bildschirm an, der Tablet, das Tablet geht eben an, sobald ich das Ganze aufmache, geht automatisch aus, wenn ich das Ganze zumache. Das hat der Hersteller sehr gut gelöst. Zudem ist auch gleich dabei hier eine Display-Schutzfolie. Das heißt, man muss auch keine Angst haben, dass man hier was zerkratzt. Der Hersteller hat hier also sehr mitgedacht. Das Tablet ist mit 12 Zoll sehr groß. Also das ist schon eine ordentliche Ansage. Deswegen ist es auch relativ schwer. Wahrscheinlich nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen dem Akku. Mir gefällt es aber sehr gut, weil man so eben auch wirklich mal ein Spiel spielen kann oder auch ein Word-Dokument hier öffnen kann. Gucken wir uns jetzt die Reaktionszeit an. Also wenn man sich das hier anguckt, sieht man, ja, die Reaktionszeit ist ziemlich schnell. Also ich kann hier hin und her switchen. Das ist ziemlich verzögerungsfrei. Die Geschwindigkeit macht sich eben auch beim Spielen bemerkbar. Ich habe hier Warcraft Rumble zum Beispiel drauf installiert und gespielt. Absolut flüssig, verzögerungsfrei. Das Laden geht auch ziemlich schnell. Also hier merkt man, dass diese 12 plus 12 GB RAM durchaus ausreichend sind. Generell merkt man, dass das Display sehr reaktionsschnell ist und auch Spaß macht, damit zu arbeiten. Einfach weil hier wahrscheinlich auch ein 120 Hz Display verbaut ist. Bei der Helligkeit bin ich jetzt hier im unteren dritten Bereich, wenn man sich das anguckt hier. Und das reicht mir hier innen drin auch aus. Möchte man dann rausgehen, habe aber die Möglichkeit, man sieht es jetzt hier, die Helligkeit wirklich fast bis ins Wachsen, um zu schrauben. Und dann kann man damit auch problemlos draußen arbeiten. Zum Beispiel, wenn die Sonne scheint. Also auch das hat der Hersteller hier sehr schön gemacht. Die Farbbrillianz, wenn man sich das anguckt, ist ebenfalls sehr schön. Also wir haben hier tolle Farben, schöne Reaktionszeit. Das ist einfach ein gutes Tablet, muss ich sagen. Der Ton ist ja von Hamon und Kardon, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Hamon Audio FX. Und wenn man jetzt den Film guckt, kann man das recht gut machen. Die Lautstärke ist gut. Der Bass ist natürlich nicht ganz so hervorragend, wie jetzt vom Kopfhörer zum Beispiel. Aber dennoch kann man hier ohne Probleme im Film gucken. Was mir besonders gut beim Sound hier gefallen hat, ist, dass diese Charakteristik von Stimmen zum Beispiel herausgearbeitet wird. So kann man bei Filmen, wenn mehrere Personen reden, auch gut folgen, wer gerade redet zum Beispiel. Die Höhen werden auch recht detailliert dargestellt. Nur der Bass, der schwächelt ein bisschen. Allerdings ist es nie unangenehm. Also der ist nicht zu voluminös. Der ist nicht aufgeblasen. Der ist einfach so halbwegs natürlich, aber ein bisschen schwächer. Ich habe ja gesagt, hier werden auch diese Kopfhörer mitgeliefert. Die werden hier so ins Ohr reingelegt. Und die Kopfhörer haben einen etwas bassestärkeren Sound. Aber immer noch klar und verständlich. Dennoch, wer hier wirklich das Maximum rausholen möchte, dem empfehle ich. Echte Bluetooth-Kopfhörer gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Wer da Infos sucht, kann auch gerne noch ein paar meiner anderen Videos angucken, wo ich ein paar Bluetooth-Kopfhörer vorstelle. Und ansonsten sind wir jetzt hier auch schon mal am Ende der Vorstellung. Für knapp 300 Euro ist natürlich ein stolzer Preis. Aber ich glaube, man kriegt hier eben doch ein sehr vernünftiges Tablet, was eben auch ein bisschen schneller ist als diese 100 bis 200 Euro Tablets, die ja oft auch mal ein bisschen lecken. Also ich bin hiermit sehr zufrieden. Ich habe gesehen. Vielen Dank.